Und jetzt, wo ich mir die vielen Gerichte ansehe, weiß ich jetzt schon, ich werde ein Problem mit dem Tiefkühlfach bekommen. Ich habe aber endlich nach langem zweimal mir wieder Fungi Risotto bestellt. Das ist eines meiner Lieblingsgerichte. Ich habe das jetzt über ein Jahr nicht mehr gegessen. Dann mein geliebtes Kama Korma. Zweimal mein geliebtes Oriental Bulgur. Ich glaube, das ist im Moment so mein Lieblingsgericht mit Kama Korma. Bambi Goreng esse ich ebenfalls total gerne mit Planted Chicken. Ist einen leichten Ticken vielleicht zu scharf für mich, aber ich vertrag's. Dann habe ich mir zweimal Peace and Love bestellt. Das hatte ich jetzt auch schon zwei, drei Monate nicht mehr. Fusilli Ragu hatte ich bestimmt schon ein Jahr nicht mehr. Dann Umami Rice kann ich ebenfalls nur empfehlen. Mustard Veggie jetzt komplett neu verpackt. Und zu guter Letzt Korma. Okay. Vielen Dank.